Trittsicherheit Grüßt euch, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem heutigen Alpin-Tutorial geht es um den Begriff Trittsicherheit. Oft liest man in Wanderführern oder auf Wegweisern den Hinweis, Trittsicherheit erforderlich. Doch was bedeutet das? Trittsicherheit ist ein wesentlicher Bestandteil alpiner Erfahrung. Sie beschreibt die Fähigkeit, seine Tritte präzise, in anspruchsvollem Terrain zu setzen und sich effizient und sicher fortzubewegen. Es liegt auf der Hand, dass ein guter Gleichgewichtssinn, eine allgemeine körperliche Fitness und auch eine gewisse psychische Stabilität die Trittsicherheit positiv beeinflussen. Um deine Trittsicherheit zu steigern, solltest du darauf achten, dass sich dein Körperschwerpunkt, also deine Hüfte, über deinen Füßen befindet. Sowohl im Auf- wie auch im Abstieg sollte dein Oberkörper tendenziell nach vorne gebeugt und vor allem im Abstieg deine Knie leicht angewinkelt sein. Der richtige Einsatz von Stöcken kann im unwegsamen Gelände deine Trittsicherheit steigern. Aber Vorsicht, auch das richtige Setzen der Stöcke erfordert Übung. Zusammenfassend kann man sagen, dass die persönliche Trittsicherheit in direkten Bezug zu deiner Selbsteinschätzung steht. Wähle deine Touren entsprechend deinem Können aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben viele andere interessante Themen auf der Webseite von unserer Alpine Weltenakademie und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Bergwandern.